Die Top 5 Produkte für Gästebäder, Badmöbel, Gäste WC Ich bin sehr zufrieden mit dem Wasagel Waschbecken und der Schrank. Der Landhausstil passt perfekt in mein Badezimmer und der Schrank bietet viel Stauraum. Durch die verstellbare Ablage kann ich den Schrank ideal auf meine Bedürfnisse anpassen. Die zwei Türen sind sehr praktisch und der Schrank steht stabil und sicher auf dem Boden. Die Größe von 60 x 30 x 60 cm ist für mich ideal und ich kann den Schrank ohne Probleme alleine aufbauen. Alles in allem ein tolles Produkt, das ich jedem weiterempfehlen würde. Ich habe mir die Trend Team Smart Living Badezimmer Badkommode Komodeschrank Amanda gekauft und bin sehr zufrieden damit. Der Schrank bietet viel Stauraum und ist perfekt für mein Badezimmer geeignet. Das Design in Kupas Weiß-Weiß Hochglanz ist modern und passt gut zur Einrichtung meines Badezimmers. Der Schrank ist stabil und leicht zu montieren. Insgesamt würde ich die Trend Team Smart Living Badezimmer Badkommode Komodeschrank Amanda auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich bin total zufrieden mit meiner neuen Vassagel Badkommode. Das vielseitig einsetzbare Badregal bietet genügend Platz für all meine Badutensilien und Medikamentos. Der Eckschrank ist platzsparend und passt perfekt in mein kleines Badezimmer. Der Badezimmerschrank sieht elegant aus und ist aus hochwertigem Holz gefertigt. Die Montage war einfach und schnell erledigt. Ich bin begeistert von dieser praktischen und stilvollen Ergänzung meines Badezimmers. Ich kann die Vassagel Badkommode jedem empfehlen, der auf der Suche nach einem funktionalen und ansprechenden Badmöbel ist. Ich habe den Fundin Kunststoff Spiegelschrank vor einem Monat gekauft und bin sehr zufrieden damit. Die Spiegeltür mit abgeschrägten Kanten sieht sehr schick aus und verleiht meinem Badezimmer einen modernen Touch. Der Metallrahmen mit runden Ecken ist stabil und gibt mir das Gefühl, dass meine Medikamente sicher aufbewahrt sind. Es war auch sehr einfach zu installieren, obwohl ich mich für die Einbauvariante entschieden habe. Alles in allem ein toller Kauf und ich würde es jedem empfehlen, der auf der Suche nach einem stilvollen und funktionalen Medizinschrank ist. Ich habe das VBC Home Badmöbel Set in 45 cm Schwarzmatt für mein Badezimmer gekauft und bin sehr zufrieden mit meinem Kauf. Das Set kommt mit einem Hängeschrank und einem Waschtisch, die beide eine moderne und elegante Optik haben. Das Waschbecken ist aus hochwertigem Material gefertigt und der Soft-Close-Mechanismus an der Tür des Schranks ist sehr leise. Die Montage war auch sehr einfach und ich brauchte nur wenige Minuten, um alles zusammenzubauen. Insgesamt ein tolles Produkt, das ich auf jeden Fall empfehlen kann. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.